Dadurch dann Apollonia auf Position 3. Ist das auch in seinen Instagram-Stories zu sehen? Aber er braucht... Er macht einen guten Eindruck. Hellberg schlägt Rasmussen. Und Ochsenhausen-Saarbrücken hatte ich vorhin auch mit aufgezählt. Bei 8 zu 10 hätte gleich auch Stumper noch Aufschlag. Aber so kommt's. Und das ist das 11... 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 Jetzt noch mal was Stumper jetzt beim nächsten macht. Das ist wieder dieser. Und der fällt dann... Oblis also auch gegen Söksch gewinnen könnte. Und das jetzt auch schafft. Mit 3 zu 0 sogar. Gute Leistung von Kai Stumper. Das ist der Ausgleich jetzt für die Jungs aus Neu-Ulm.